Wir sind bereit! Die Geister und Chantras sind hier! Wir sind die wirklichen Geister! Deine Ordnung ist klar! Deine Ordnung ist klar! Ja, mein Herr! Das funktioniert besser als ich! Ja? Obwohl er bereits tot ist. Stahlpanzer von Naturknoten. Hm. Titanpanzer? Titanpanzer? Auch kein Stahlpanzer? Und ihr verkauft sowieso gutes Zeug. Titanpanzer? Titanpanzer? Kein Stahlpanzer? Kein Stahlpanzer? Warum ist er eine Idee? Das funktioniert besser als ich. Obwohl er bereits... Okay. Das heißt wir machen... Wir gucken uns jetzt um das Zeug hier unten. Weil an den Stahlpanzer kommen wir nicht ran, weil der... Dinger nicht... Oh, noch eine Phantomhöhle. Sehe ich jetzt gerade erst. Energieknoten, eine Phantomhöhle. Gucken, ob hier noch was drin ist. Wenn nicht, dann können wir jetzt bis zu dem... Zu der Wolfsgrube durchmarschieren. Yes. Also ja, das Gebiet hier unten ist etwas gefährlicher, aber... Das sollten wir auch hinkriegen. Also ja, Brigantenlager, Monsterhöhle. Wir latschen glaube ich am besten erstmal hier oben lang. Soviel dazu. Achso, die Brigantenmagier beschwören Wölfe. Daher kommen die. Was würdest du mir machen? Das funktioniert besser als ich. Obwohl er bereits tot ist. Wasse, was ich warum, das ist. Wasse, wassitzt. Wasse, wassitzt. Wasse, wasser, wasser. Wasse netter und wersetzt. Wasse, wasser, dass ich, wasser, wasser, wasser. Ohne. Die Ladung, werfen muss ich es nicht noch. Ist das nicht einfach. Also ja, das passiert. Okay, den Pyrianon aus dem Posten. Dass ich ein Schwert von dem Naturknoten besorge. Your Order is clear. Und ich habe Pyrianon und Elos, die... Verbundenheit, weil ich den Naturknoten angegriffen habe, von dem sie Zeug wollten. Es wird nicht. Ich bin fast da. Ich komme. Das funktioniert besser, als ich. Sie werden nicht wegwerfen. Wir sind bereit. Wir sind die echten Meister. Ja, mein Herr. Wir sind die echten Meister. Wir machen unser Bestes. Jetzt muss ich die natürlich wieder zu Verbündeten machen, was ein bisschen anstrengender sein dürfte. Ja? 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 Schau auf die Hände! Okay, die großen Monster zerlegen gerade meine Leute ein bisschen. So, wir haben den Chaos. Die Halle der Gehlen sind tot. We'll do our best. Oh, noch eine. Your order is clear. Your order is clear. Two swords means double damage. So, die benutze ich jetzt mal hier. We are under attack. Do call for me? Looks like the calm days are over. Und eine Sumpfkruft, weil mit Zombies und Gedönse. Looks like the calm days are over. We are under attack. Charge! We are under attack. So, ich habe noch einen dunklen Krieger verloren, ist aber nicht so schlimm. So, wir haben langsam Steine. Schlürf du den mal. Die Master in Tartras ist hier. Yes, mein Lord. Looks like the calm days are over. We're ready, your instructions. Yes. Charge! 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 So, eine Wolfsgrube sollten wir schnell zerlegen können. Your order is clear. They won't get away. The Master in Tartras ist hier. It's important, Dr. Mecasson. Also, ich habe noch mehr Nahrung und das Zyklop im Auge, was Elios braucht. Gut, vielleicht kann ich mich dadurch wieder mit denen gutstellen. Hier lang. Weil hier waren wir ja schon. Die Master in Tartras ist hier. Niemand kann mit uns verhören. Die Master in Tartras ist hier. Also, 150, 300. Ich weiß nicht mal, wie man so viel Nahrung bei denen abgeben kann, außer mit zwei Einheiten. Das ist die Frage, ob das da zählt. Also, welche Stadt braucht zum Wachsen? Der Außenposten, dem brauchen wir nichts, aber Pyrianon, ja. Dann kaufen wir am besten. Ich will Städte wegmachen. Ich klicke da unten aufs Falsche, einfach weil ich nicht lese. Alle wollen was von diesem Naturknoten. Hier, die 100 Nahrung. Können wir auch noch kaufen. Spendt, der Oké. Sonst denkt sich just... ... ... ... Also ja, niemals etwas angreifen von sich aus, was nicht aggro ist. Gut, die mögen uns jetzt wieder. Was ist mit Pyrianon? Die mögen uns auch wieder, okay. Das heißt, wir können uns hier kümmern. Und ja, man kann Elfen-Einheiten nicht abreden. So wie es aussieht, muss man mit denen so leben. Das ist wahrscheinlich ein Augenpack. So, jetzt haben wir 100, 200, 400. Das funktioniert besser, als ich mache. Obwohl er bereits tot ist. Eine Wissensschriftrolle, die nehme ich immer gerne. Die benutze ich auch gleich. So, jetzt haben wir wenigstens alle mal Rüstung. Ich nehme zurück, ihr habt noch keine. Da kaufen wir aber in der anderen Stadt was Besseres. Okay, die Geister, die mögen uns jetzt wieder. Die greifen wir nicht mehr an. Auch wenn wir Quests haben, dass wir was aus den Dingern besorgen sollen. Aus dem Ding besorgen sollen. Drei Stück Quests haben wir sogar schon, was das angeht. Ihr habt nichts Neues für uns. Ihr habt auch nichts Neues für uns. Und ihr auch nicht. Gut. Werde ich wahrscheinlich, sobald ich beim Imperialen Außenposten das geholt habe, was ich brauche und das Labor aufgebaut habe, mal mich um den Phantomknoten da oben kümmern als erstes. und dann um die Sachen in der Wüste noch. Ich habe ja da die Möglichkeit, an ein paar starke Untote zu kommen. Ja? 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 Will you call for me?